Lasst uns über die Sony A7R5 sprechen, die ich jetzt knapp 6 Monate im Einsatz hatte. Wir haben uns ja ungefähr Anfang des Jahres sowohl die A7IV als auch die A7R5 gekauft, denn wir machen das Ganze hauptberuflich. Ja und diese Kamera im Vergleich auch zu vor knapp 6 Jahren habe ich mir die A7R3 und auch vor ein paar Jahren nochmal die A7III gekauft. Wir haben die A7SIII im Einsatz. Aber für wen die A7R5 mit ihren über 60 Megapixeln überhaupt gedacht ist, was Sony sonst noch für Varianten oder Alternativen anbietet und ob der Preis von 4.500 Euro gerechtfertigt ist, darüber sprechen wir hier und heute in diesem Video. Also bis gleich. Ja die A7R5 ist nicht unbedingt das allerneueste Modell, denn die A7R5 ist vor knapp einem Jahr Ende 2022 vorgestellt worden. Danach folgen jetzt 2023 bereits schon einige neue Updates im Vollformat professionellen Segment. Ja und wer sich die A7R5 kauft für 4.500 Euro, der entscheidet sich gegen eine knapp 2.100 Euro günstige A7IV, die Folgekamera der A7III, die wir auch hier im Einsatz haben. Wir sind sowohl Hochzeitsfotografen als auch Werbefotografen für Unternehmen. Ich selber decke den Bereich Werbefotografie ab, Werbefilm und meine zwei Mitarbeiterinnen den Bereich Privatkunden, Hochzeitsfotografie. Und das beschreibt eigentlich ganz gut, warum wir uns diese beiden Kameras gekauft haben. Die A7IV ist für 2.100 Euro eine hervorragende Kamera. Die A7IV hat 33 Megapixel, kann 10 Bit 422 Filmaufnahmen für Highlightfilme bei Hochzeiten. Also sie kann super viel verschiedene Sachen und ich sage mal zu 95 Prozent reicht das für alle Fotografen aus. Die Kamera hatten wir im Einsatz. Wir hatten die A7III hier, wir hatten hier die A7R III und trotzdem haben wir uns dieses Jahr dazu entschieden und die R5 gekauft, denn ja mit ihren 61 Megapixeln hat diese Kamera einiges zu bieten. Für mich die Vorteile waren auf jeden Fall und das fand ich das aller aller krasseste, wenn ich die R3 beziehungsweise die A3 und die R5 nebeneinander mal zwischendurch im Einsatz hatte beim Kunden, habe ich wirklich gedacht mit der A7III oder R3, die ja einige Jahre schon auf dem Markt ist, habe ich gedacht, meine Güte, was ist das für ein alter Schinken und wie geil wurde diese R5 weiterentwickelt. Also ich war wirklich vom ersten Moment an begeistert und deswegen fangen wir jetzt mal an mit den Vorteilen der R5, denn der Sucher ist wirklich größer, heller, hochauflösender. Es macht wirklich wesentlich mehr Spaß da durchzuschauen und die Fotos zu machen. Wenn man natürlich nicht den Vergleich hat zu den älteren Modellen, dann fällt es einem sicherlich nach den ersten drei, vier Fototerminen nicht mehr auf, aber der Sucher wirklich hervorragend. Was mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, ist das Display, das neue Displayformat, was natürlich auch die anderen aktuellen Kameras haben von Sony, also die A7IV, die A1, die A9, die haben das natürlich auch, denn hier kann man halt in unterschiedlichste Richtungen einfach das Ganze klappen und vor allem für Hochformat finde ich das wirklich hervorragend. Das habe ich immer sehr, sehr gerne eingenutzt, dass man die Kamera wirklich auch mit dem umgeklappten Display im Hochformat sehr, sehr gut nutzen kann. Also das habe ich lieben gelernt an dieser Kamera. Das ist eine wirklich tolle Weiterentwicklung. Nächster Punkt ist die Handhabung und der Griff. Diese Kamera liegt wirklich hervorragend, finde ich, in der Hand. Früher, noch vor sieben, acht Jahren mit einer Canon 5D Mark III, was ein richtiger Klopper war, musste man sich erst an die kleinen Sonys gewöhnen, die wirklich schlecht in der Hand lagen noch vor fünf, sechs Jahren. Mit der R5 muss ich wirklich sagen, das Ding liegt wirklich toll in der Hand. Es macht wirklich Spaß, mit dieser Kamera zu arbeiten. Also die Handhabung ist wesentlich besser geworden. Wir haben aber auch die Video-Fototasten-Belegung, die wir hier quasi mit eingebaut haben. Die finde ich auch wirklich hervorragend. Und hier kann man sehr, sehr schnell, und das nutzen wir sehr, sehr häufig, auch bei Hochzeiten zum Beispiel, wenn wir von Foto auf Film wechseln wollen. Und das finde ich wirklich toll, dass man die Filmeinstellungen bei der R5, ja wirklich mit S-Log, 422, 10-Bit, die werden nicht automatisch auf den Fotomodus übertragen. Das splittet die Kamera quasi komplett auf. Das war bei den alten Kameras nicht so. Da musste man immer wieder ins Fotoprofil reingehen und sagen, hey, jetzt möchte ich Fotos machen und die Fotos sollen nicht im S-Log sein. Das ist hier wirklich toll gelöst und die ganzen Knöpfe wurden wirklich hervorragend weiter ausgearbeitet und lassen sich einfach noch schöner nutzen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Genau, Filmfunktion, das muss natürlich auch erwähnt werden. 8K nutzt kein Mensch. Also wir nutzen sehr, sehr gerne 4K, 422, 10-Bit. Und deswegen ist diese Kamera halt auch, ja wirklich toll, auch für Filmaufnahmen. Wir machen auch viele Video-Interviews mit Kunden. Wir haben die A7S III mit 12 Megapixel, die natürlich voll den Fokus auf Film hat. Die haben wir auch im Einsatz. Ja, aber kommen wir langsam mal zu den Nachteilen der R5. Denn ja, was viel Rechenleistung ist im Film- und im Fotobereich, 61 Megapixel muss irgendwie bedient werden. Die Akkuleistung bzw. die Akkulaufzeit ist wirklich erheblich geringer geworden. Das merkt man auf jeden Fall. Overheating hat man natürlich, ja mit den alten Kameras finde ich, das waren meine Erfahrungswerte, nicht so extrem schnell wie mit der R5. Bisher ist sie uns noch nie ausgegangen, auch bei Filmaufnahmen. Das hat bisher alles sehr, sehr gut funktioniert. Doch die Akkulaufzeit trotz der gleichen Akkusjahr wie bei der A7 III und wie bei der A7R III sind natürlich andere geworden. Das gleiche muss ich aber halt auch dazu sagen, haben wir auch bei der A7 IV festgestellt. Aber ich denke, das ist auch logisch, wenn mehr verbaut ist, mehr machbar ist mit der Software und der Hardware, die da eingebaut ist. Das kostet einfach mehr Akku. Das sollte man aber auf jeden Fall dazu wissen. Und was ich ein bisschen schade finde, ist die Platzierung. Also eben Vorteil, jetzt ein bisschen Nachteil ist die Platzierung. Denn hier komme ich manchmal, wenn ich hier von Foto auf Film-Modus wechseln möchte, relativ schlecht an diesen Knopf, den man hier einmal drücken muss und dann noch einmal nach rechts und nach links drehen muss. Also das finde ich hier nicht ganz so gut platziert. Wenn ich hier am Fotografieren bin, muss ich hier einmal umgreifen. Ich hätte mir das irgendwie hier gewünscht oder sowas. Also dass man da wesentlich schneller drankommt. Das können wir vielleicht noch bei der nächsten Kamera optimieren. Aus meiner Sicht, aus unserer Sicht. Denn wir nutzen das immer ganz gerne mal, um hin und her zu switchen. Ja und der letzte Punkt, die 61 Megapixel. Das ist natürlich ausschlaggebend für uns gewesen, warum wir die A7 R5 geholt haben. Denn bei Firmenkunden brauchen wir auch mal mehr als bei der R3, da waren das ja glaube ich knapp 40 Megapixel, soweit ich mich erinnern kann, brauchen wir halt auch mal ein bisschen mehr an Auflösung. Also da hätte die A7 R4 mit ihren 33 Megapixeln, hätte da jetzt nicht mehr ausgereicht. Denn wir hatten immer mehr Firmenkundenaufträge, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen auch ein bisschen mehr Auflösung. Wir müssen auch teilweise Ausschnitte nehmen für die unterschiedlichsten Verwendungszwecke. Ja und letztendlich, wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst, hey, vielleicht ist die R5 genau was für mich. Das muss nicht immer unbedingt der professionelle Einsatz sein, wie das bei uns der Fall ist. Natürlich muss man sich anschauen, A1, A9, A3, gerade vorgestellt, ist aber auch von der Preisrange her bei über 7.000 Euro. Stefan hat die A1 im Einsatz, da werden wir euch sicherlich auf unserem Kanal ja auch nochmal was zu erzählen. Aber ich finde, das ist ein sehr, sehr guter Mittelweg zwischen A1, A9 und der A7 R5. Denn ja, knapp 4.500 Euro finde ich als Berufsfotograf, bin ich das gerne bereit auszugeben. Denn das ist ein Handwerksgerät, was wir sehr, sehr häufig, sehr, sehr viel bei uns einsetzen. Und von daher haben wir gesagt, perfekt investiertes Geld. Je nachdem, was dein Einsatzzweck ist, ob privat oder semi-professionell oder professionell, muss man abwägen. Vielleicht 2.100 Euro für die A7 IV ist für die meisten sicherlich ausreichend. Die meisten brauchen keine 61 Megapixel, aber das ist absolut dir überlassen. Was ist deine Meinung dazu? Schreib uns das gerne mal hier unter das Video, mit in die Kommentare rein. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn du uns noch nicht kennst, würdest du uns auf jeden Fall freuen, wenn du einen Daumen da lässt, vielleicht einen Kommentar hinterlässt. Und wir haben hier auch auf YouTube unsere Kanalmitgliedschaft, wo wir allen Fotografen zeigen, Behind the Scenes, wie wir arbeiten zum Preis einer Pizza monatlich kündbar YouTube-Kanalmitgliedschaft unter diesem Video. Wie zum Beispiel auch unsere Into the Woods und Into the Sky Lightroom Presets. Also vielen Dank nochmal fürs Einschalten. Ich bin raus und wir sehen uns sicherlich bei einem unserer nächsten Videos. Bis dann. Ciao.